Martin muss kurz auf Toilette, ganz schnell. Ich komm gleich. Hallo, ich bin wieder da. Alter. Sehr gut, Hände gewaschen. Ja. Nee, ich hab nur gefurtzt. Ich hab nen Fisch, ich ess den auch kurz. Habt ihr Ebay? Wo ist's denn der zweite? Was, Ebay? Ja. Willst du jetzt mit Ebay, Digga? Ich dachte, wir werden chatten. Nein. Über Ebay? Nein, Ebay Kleinanzeigen, dachte ich. So, jetzt. Ich hab die zwei kurz stumm gemacht. Ich würd sagen, du hast wohl die hübsche Stimme. Ich biss mir jetzt gleich in die Hose. Ich bin stumm, du kurz warte. Hallo, hört ihr mich? Klar, hör mal dich. Was macht ihr heute so? Hm, weiß ich nicht. Ich glaub, chillen auf dem Sofa. Okay. Bist du diese, diese Epsilon Puppe eins? Ja. Hallo, bist du das? Ja, es heisst Ey Puppe. Wie meinst du? Dich? Dass es Ey Puppe heisst. Achso, nee, weil da steht kein J. Gott. Cluster. Wie meinst du das? Hä? Egal. Ähm. Pun... Pun... Kann sonst noch jemand deutsch? Hallo? Alle deutsch. Also, hallo. Ah, du bist... Pun... 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 Wieso? Wieso? Das ist die Gold... Pun... Pun... Wieso? Nee, das ist mir zu kompliziert. Kannst du nicht deinen echten Namen eingeben? So wie ich... Nachname? Nein. Weil der Nachname noch komplizierter ist. Hehehe. Die Goldbackenz. Oh scheiße, bei mir sind zwei Gegner. Hallo? Hallo? Ich schieße einfach auf ihn. Oh mein Gott, ich habe ihn geholt. Ich muss jetzt speichern. Wie geht das? Was willst du speichern? Ich habe ihn in seinen Rücken geschossen. Kann man das nicht speichern, wie ich ihn in seinen Rücken geschossen habe? Und er so Aua gesagt hat. Na, du kannst die Wiederholung anschauen. Hehehe. Hehehe. Aber ich... Ich spiele auf dem Rechner. Wie geht denn das? Krass. Das geht in Fortnite im Spiel drin. Muss ich meinen Onkel fragen. Ich spiele auf seinem Rechner. Ich glaube, der verarscht uns gerade. Woher kommt ihr? Nee, ich meins ernst. Ich weiß echt nicht. Kommt ihr vielleicht auch aus Bayern? Unterfranken. Wir kommen auch aus Bayern. Ja, ich komme auch aus Bayern. Aus Erding. Ja, mir nicht. Oh. Hehehe. So weit unten sind wir nicht. Warte, ich muss auf Toilette ganz schnell. Ich komme gleich. Hallo, ich bin wieder da. Alter. Sehr gut. Hände gewaschen? Ja. Nee, ich habe nur gefurzt. Achso. Na dann. Hehehehe. 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 Was passiert? Hab denn geholt? Ja, ja. Wir haben alle. Ja, okay. Ich komme zu euch. Aber drei. Jetzt müssen doch eigentlich vier im Team sein. Ich habe zwei geholt. Am Anfang. Hier ist ein Apfel. Ich esse den mal. Einen guten. Nee, im Spiel habe ich einen Apfel gegessen. Ja, ich weiß. Alles gut. Ich habe einen Fisch. Ich esse den auch kurz. Hehehehe. 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 Gegner, Leute? Ich komme. Ich beschütze dich. Kann ich mit euch chatten? Also. Was? Tust du doch gerade. Nee, ich meinte. Hehehehe. Ähm. Habt ihr Ebay? Wo ist es denn der zweite? Was? Ebay? Ja. Sind sie jetzt mit Ebay, Digga? Ich dachte, wir chatten. Hehehehe. Über Ebay? Nein, Ebay Kleinanzeigen dachte ich. Das ist jetzt dein Ernst, oder? Doch. Hehehehe. Also ich schreib mal, also meine Familie schreib mir auch über Ebay. Hehehehe. Hehehehe. Alter, wir haben ja noch nie gehört, ey. Das ist ja krass, ey. Oder hast du Quacker Kleinanzeigen? Was für ein Ding? Quacker Kleinanzeigen. Was ist das? Auch sowas wie Ebay. Ah jo. Nee, hab ich nicht. Nee, guck mal. Wenn du eingibst, ähm, er Ding, Bayern. Und dann habe ich einen Controller reingestellt. PS4 Controller. L2 Taste ist kaputt. Das bin ich. Kannst mich anschreiben. Okay. Ja, aber ich hab... Ah, ich hab das... Ich bin gerade auf dem Handy. Ich hab das auf meinem iPad drauf. Ach so. Ich hab die zwei kurz stumm gemacht. Ich würd sagen, du hast voll die hübsche Stimme. Hehehehe. 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 Kannst du kurz warte? Point service. Hallo. Was ist denn? Ja, kann ich dich vielleicht... Also... Also ich hab die nochmal stumm gemacht. Ob ich dich mal so babinen kann? Nein. Ja, okay. Lass uns zocken. Warte ich eine Stunde. So, hallo. Ihr zwei. Ich bin wieder da. Ich war kurz auf Toilette. Hehehehe. Hehehehe.